Lass mal hier. So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen hier nochmal auf dem Kinderfriedensfest im Botanischen Garten in Augsburg. Wir, die Atma Music Friends, wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit den Schülern von der Franz-von-Assissi-Schule hier in Augsburg für euch jetzt das Lied Kinder der Erde spielen dürfen. Das ist eines von 14 Friedenssungs, die wir selber komponiert haben. Und es ist so ein schönes Lied, dass wir euch auch gerne alle ein Stück damit einbinden würden. Das heißt, bevor wir jetzt anfangen, das ganze Lied zu spielen, würden wir jetzt ein paar Mal den Refrain spielen für euch. Den hört ihr und ihr werdet feststellen, dass der ganz einfach ist. Und wenn ihr den ein, zwei Mal gehört habt, dann sind wir einfach schon.